Servus Max. Geile Challenge, die du dir überlegt hast. Das ist ja wirklich wie in der Vergangenheit dann. Die Quikse sind auch angekommen. Ich hoffe, dass sie nicht allzu trocken sind, nachdem sie jetzt ein paar Tage unterwegs waren. Aber so oder so werde ich dich schlagen. Oh, guck mal hier. Enjoy your cookies. Das ist aber echt schön gemacht. Ich muss auch sicher gehen, dass ihr da nichts reingemischt habt, Max, weil ich habe gleich wieder Training. Nicht, dass ich irgendwie dann über der Schüssel hänge oder so. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt gerade, Max, weil ich die letzte Challenge verloren habe. Unverdient fand ich, aber du warst einfach besser und deswegen muss ich es wieder gut machen. Ich hoffe, es reicht allzu aus. Okay, ich bin bereit. Auf die Glötze. Fertig. Los. Das war ja... Nicht leicht, aber ich habe mir auch diesmal mehr Mühe gegeben, muss ich sagen. Also, Max, es hat gereicht. Wir können es gerne nochmal wiederholen, aber ich glaube, das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Beim Keks essen bin ich einfach doch noch besser. Da musst du einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Ich freue mich auf die nächste Challenge.